Recht, Ella mit mir! Neulich habe ich einige meiner Stadtbewohner auf Urlaub zu anderen Basen gebracht, während sie teilweise nett willkommen geheißen wurden. Oha, wer ist denn er? Ich bin nicht mehr alleine. Ich hab Freunde. Gingen andere eher böse mit den neuen Besuchern um. Rip, das war's mit Ella. Richtig gesehen, Basti hat Ella getötet. Und jetzt müssen wir sie rächen. Dafür bauen wir ihr Grab mitten in Basti Space. Wie groß das Grab wird, habt ihr in der Hand. Denn ich baue einen Erdblock für jedes Abo, das ihr da lasst. Zehn Blöcke oder tausend? Schaffen wir es, das ganze Stadion zu vergraben? Abonniert gerne und...